Willkommen zu einem neuen Projekt, New Super Mario Bros, für den Nintendo DS. Ich habe mir schon längst was gewünscht zum Let's Playen und hier kommt es, mein erstes Projekt auf YouTube. Ich werde auch versuchen wirklich alles Darkoils zu sammeln, da könnt ihr euch doch auch verlassen. Ich habe das Game schon dreimal durchgezockt, also immer jede Datei genutzt, also nicht immer. Ich rede auch um den Scheiß, ne? Zumindest... Ja, habe ich alle drei Dateien benutzt. Ja, legen wir los. Da haben wir nicht so viel sackeln. Ja, hier geht der Triff. Ding einschlagen. Nein, du setzt doch auf, hier ist Sack. Yes, gut Mario, so macht man das, ne? Sich treffen lassen und gleich wieder eine Feuerblume nehmen, so macht man das. Genau, noch drei Sprung machen und die Münzen nicht einsammeln. Das war die letzte. Wo ist die letzte? Äh, verspreche ich mich vor, verspreche ich vor dem Wind. Das wäre ein Stern, den hole ich mir gleich. Der resettet sich nämlich wieder. Hier ist die zweite Starcoin. Gut, hier war sowieso nicht was anderes. Drei Kumpas. Ein paar Münzen, ein paar Blöcke, wo sowieso nichts drin ist. Wow. Wow, wow, wow. Äh, nee, Megapilz holen. Genau, Megapilz holen. Ey, ist da ne neue Feuerblume drin? No, nee. Das war so klar. Alter, wieso fall ich gerade überall rein? Nein, jetzt sag. Nein, das war zu früh, Manfred. Scheiße. Er sagt, ich komme doch nicht mehr rüber. Oh. Okay. Na dann. Schade, habe ich nicht komplett alles geschafft, weil ich zufrieden die Megapilz genommen habe. Aber, na gut. Wow, gut gesprungen, Mario. Wirklich. Dann muss ich den immer gratulieren. Okay. Machen wir das. Machen wir mit dem zweiten Level weiter. Ich spiele immer bis zum Tower, würde ich sagen. Her, gleich ne Feuerblume. Moment, eine Nintendo verschiebt sich gerade ein bisschen. Was findet ihr? Ist meine Kamera gut oder ist sie gut? Die ist wohl geil, ne? Noch kaum gehintet bist jetzt, ne? Ne, einmal nur. Ja. 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 Da ist nämlich ein Runner versteckt. Das wusste ich nämlich schon vorher. Weil ich das ja schon öfters gespielt habe jetzt, ne? Ich zog das ja jetzt schon das vierte Mal durch. Deswegen wird es auch langsam ein bisschen langweilig, ehrlich gesagt. Nein! You suck, man. Okay. He is not a secret. You suck. Na toll, jetzt komme ich noch nicht mehr durch, oder was? So. Ding nehmen, schmeißen und sterben. Ja. So sollte man das machen. Genau so. Wenn man es anders macht, macht man es total falsch. So. Yes, gut. Nein, Pilsi, bleib bitte hier. Ich liebe dich doch so sehr. Tup, tup, tup. Tup, 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 tup. Nein, er hat ab. You suck, man. Pilsi ist wieder da. Aber dann brauchen wir nicht, weil hier kommt jetzt der Megapilz. Bleib einfach stehen. Hör noch. Meine Kamera scrollt ein bisschen zu nah ran. Das macht sie aber automatisch. Ich habe die davor anders ausgerichtet. Und sie hat sich wohl wieder bei der Reihe gescrollt. Manfred, lauf, lauf, schlampe, lauf. Okay. Alles klar. Dup, tup. Tup, tup. Tup, 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 tup. Nice und ich krieg gerne einen ab. Ey, wie ich jeweils gleich gestorben bin bei den Kooper, ne? Ah, was ist das geil? Oh, auch immer gerade so gemokst. Hat die meine Kamera wieder verschoben? Ja, ein bisschen. Bremsungsgleich ist ein bisschen. Und wieder geht es. Ja, Mario. Dau, dau, dau. Dein Ernst? Ja. Einen Moment, ist da was drin, ne? Nein, da war eine Feuerblume gewesen. Oh, hier ist noch eine Feuerblume. Ey, die sind ja schon zu grüßig. Nintendo, ihr seid zu grüß. Großzügig, ihr seid zu großzügig. Oh,えー, man. ... Das war's für heute. gekillt! Alle Gumbas gekillt! Ey! Wenn man sich überlegt, die Grafik hier und die Grafik auf meiner Kamera, die sind fast beide genau gleich. Also, boah, die bessere Kamera hatte ich wahrscheinlich noch nie. Die vom Tablet, die war so ultra unscharf. Aber die hier, boah, wie sollte man knutschen? Ne, das wäre peinlich. Oh, warum ist der nicht gesprungen? Yes! Gut, Mario! So macht man das! Und so ein 18 Leben! Pfff! Nicht schlecht! Die schlechte Dato! Hehe! Ja gut! Machen wir weiter! Welt 1 Tower! Ist kein Castle! Oh, Iwona! Ja, bitte schon! Man kriegt sogar aus dem Viecher Wallops! Das wusste ich noch gar nicht! Ja doch! Habe ich noch öfteren gekriegt, als diesen Vögeln! Hehe! Na gut! Man kann doch Parablöcke dazu sagen, oder nicht? Man sagt doch auch zu Koopern, oder zu Gumbas, wenn sie Flügel haben, Paragumba und Paraguba. Warum soll man nicht den Parablöcke sagen? Ist doch so! Ja, wie habe ich die Blume aktiviert? Nice! Ich habe die aktiviert! Ich weiß aber nicht, wie und warum. Die Welt sieht mit Exit, aber dafür brauchen wir den Koopa-Panzer, den wir ja momentan nicht haben. Den werde ich wieder nachholen, wenn ich das Game schon durchgezockt habe, weil man kriegt den Koopa-Panzer nicht sehr leicht. Da muss man Glück haben bei den Tortoisern, und das habe ich immer nicht mit dem Koopa-Panzer. Eine Freundin von mir, die hat mit Mario gespielt, und die hat immer bei den Tortoisern gespielt, den Koopa-Panzer gekriegt, fast immer zumindest. Fuck it! Fast immer hat den einen Panzer gekriegt. Nur ein einziges war eine Feuerblume. Und das hat sie bestimmt zehnmal probiert. Und neunmal hat sie den Koopa-Panzer gekriegt, und einmal hat sie die Feuerblume gekriegt. Wie macht sie das? What the hell? Alter, alter, alter! Ah, ich warte lieber für... Na gut. Ich hätte hier auch noch reingehen können, aber nee, ich habe hier zu viel Angst. Zu spät. Wow, alter! Ich gehe aber auch riesig in einen. Hä? Hat sie wieder ver... Alter, gehe ich riesig in einen. Oh! Verschiebt sich vor... Verschieber vor du hin. Abklappern. Ah! Ich hatte noch einen Feuerballon, und dann habe ich ihn gekillt. Beurteilen wir mal eine Kamera. Ich finde die geil. Ähm, jetzt wird sie ein bisschen unscharf. Aber jetzt wird sie wieder scharf. Okay. Cool. Ja, klar wollen wir abspeichern. Gut. Das war es jetzt mal für diesen paar Leute. Wir haben... 4 Level geschafft, Leute. Und ich finde, so lange in den nächsten Part machen wir uns weiter zum Castle. Bis zum. Mhm. Das war's.